Das Haus für Natur ist ja nicht nur ein Museum, sondern auch ein Zoo und die Besucherinnen und die Besucher können hier bei uns mehr als 40 unterschiedliche Tierarten entdecken und einer meiner Favoriten sitzt hinter mir, der Feuersalamander. Und was gibt es bei euch zu entdecken? Bei uns in der Landesgalerie Niederösterreichs gibt es zurzeit unter anderem diese raumgreifende Installation der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota, bei der sich ein rotes Fadengeflecht aus Donauzielen heraus entwickelt. Und was gibt es bei euch? Wir zeigen Florian Satzinger, er ist Charakterdesigner und denkt Donald Duck ganz neu. Und was gibt es bei euch? Wir sind hier im Haus der Geschichte Museum Niederösterreich und im Hintergrund sehen wir ein Exponat, das mich ganz besonders beeindruckt. Ein großes Gemälde des Sitzungssaales des niederösterreichischen Landhauses. Das Landhaus war immer wieder Schauplatz österreichischer Geschichte. Und was gibt es bei euch? Dieses Werk von Louis Sutter ist eines meiner Lieblingsbilder. Louis Sutter selber schätze ich als einen der besten, nicht nur Abrütkünstler in seinem Spätwerk, sondern auch einen der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.